Hallo der iTunes hier und willkommen zu diesem Video. In diesem Video wollte ich einfach mal etwas loswerden, denn ich habe natürlich gemerkt, dass es nichts was ich sehen will, aber wie soll ich sagen, ich habe ja die über 8... Autsch, meine Hand. Ich habe ja über 800 Abonnenten erreicht und ja, wie soll ich sagen, bald habe ich 850 Abonnenten erreicht. Das heißt, ich habe dann exakt 10 mal so viele Abonnenten als auf meinem 2 Kanal. Geil. Ja, das ist echt geil. Nochmal danke und wie soll ich sagen, bei 1000 Abonnenten werde ich mir wirklich überlegen, ein Face Reveal zu machen. Ich verspreche es nicht, aber diesmal denke ich noch mehr als sofort darüber nach, denn wirklich 1000 Abonnenten, holy freaks, Alter, das ist viel. Weil ich habe schon überlegt, wenn ich ein Face Reveal mache, kann ich auch Livestreams machen und da muss ich nicht in meinen Gesicht und so, also versuche nicht unbedingt zu zeigen. Also in meinen Videos kann man tatsächlich mein Gesicht irgendwie sehen. Es ist nicht so, dass ich wirklich alles in der macht stehende Tour, damit man etwas nicht sieht. Einfach mein Gesicht war bis jetzt einfach richtig unkenntlich und man konnte es nicht ganz genau sehen. Aber eben bei 1000 Abonnenten, ich werde mir auf jeden Fall Face Reveal überlegen und ansonsten vielleicht Kommentar da lassen oder so. Einfach sagen ja, Face Reveal. Oder nee, mach was anderes. Was ich auch machen kann, ist eine Collage oder eine Diashow oder so in der Art mit vielen Zugvideos, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Das kann ich auch machen. Ich kann sonst auch Roomtour machen, obwohl es vielleicht nicht ganz so beliebt. Naja, mal gucken. Ansonsten nochmal vielen Dank fürs Abonnieren und vergesst nicht, 1000 Abonnenten, Face Reveal vielleicht und eben egal bei welchem Video. Wenn ihr ein Face Reveal sehen wollt, schreibt einfach unter irgendeines meiner Videos Face Reveal ja oder Face Reveal nein, damit ich es ein bisschen weiß. Ansonsten nicht vergessen zu abonnieren, liken, wenn man will. Tschüss. Man bin ich müde, ich bin vor Arbeit gekommen. Was meinst du, Camilla? Ja, für dich auch.